So. So. Wir sind... Level 18 und machen die Pumpe. Ich bin bei ihnen. Ich lasse mal... Ich lasse mal nachladen. Ich lasse mal die Munitionärme. Mehr kommt mit. Da ist ein toter JTF. Schauen wir mal weiter. Ach. Da kann ich ihren Laptop benutzen. Ich lasse mal weiter. Okay, was ist da los? Seht aus wie ein Schüsseltest auf Signalstärke. Einer dieser Techies muss angekommen. Ich lasse mal wieder. 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 Oh. 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 auch an die Hauptjump Erstaun Solange das normale Gang ist und die Schuhe ist Und der Teufel schon wieder Hext, die im Winter auf einem New Yorker Dach einen richtigen Signaltest durchführen In der Apokalypse Machen Sie weiter Der Mast sieht ziemlich gut aus Ja, der dem meinsch Der Fordergrund Da vorne eine Munitionskiste Und hier vorne eine Munitionskiste Wo ist ihr da? Nein, nein, nein. Ach! Boom. Ich seh was, das ihr nicht seht und mit im Arsch anfängt. Yo Wreckers, wir haben noch mehr Uniformen in unserem Revier. Alle die das hören, alle die die Leuchtfackel sehen, auf die Dächer. Es geht los. Also ich weiß nicht, dass ich noch einen benutze. Feinde im Anmarsch. So, jetzt bist du richtig schön am Arsch. Sie kommen, alle kommen. Ich bin ganz klar. 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 Kliegen? Okay. Sind das für Waffen am Ort? Das ist Scharfschütze. Kann man da noch fischen? Was sollte ich eigentlich wieder machen? Mein Gott. Also mein Gott. Die Mission ist schon... Nö. Hopp. Ein Agent in ihrem Team ist vernetzt und braucht Hilfe. Ich meine, warum er sich alle vorhören? Ja. Der Munition wird bestimmt vorhören. Der Munition ist nicht so. Nein. Also die Moodle. Soll ich euch nicht mehr machen? Oh! Das ist so hoch. Und jetzt von der Cultivation. Oh, ganz easy going. Ah, ja, 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 ja. Ich kann jetzt nur Munition nehmen. Nein, ich kann Munition nehmen. Warum das? Wieso kann ich nicht interaktieren mit dem? Ah, jetzt. So. 1. Also, dass ich nicht interagieren kann mit dem. Ist auch ein Fehler. Macht er keinen Schaden, oder? Macht er keinen Damage? Nein, der macht auch 2. Stimmt. Oh. Leid. Gernot. Oh. du kannst englisch nein oder nein ich kann kein englisch also das macht ein krank okay drei schüssen jetzt können wir Wir probieren für Anfänger spielen. Damit sollten wir uns in den LNB-Funk einklinken können. Spitzen Sie die Ohren, das könnte spannend werden. Oijach. Ich fange gerade den Rettbeeren auf den Weg. Bumm. Komm doch jetzt raus. Der andere Schütze. Ja. Das habe ich mitgenommen. Dann nehmen wir nur noch Munition mit. Da hinten liegt noch etwas anderes. Rucksack an der Kiste. Dann nehmen wir noch einen Rettbeeren. Dann nehmen wir noch einen Rettbeeren. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Hier ist John Rhys. Ach scheiße, was mache ich hier? Wir müssen hier raus. Wir müssen weg... Rhys, hier ist Paul Rhodes. Wir brauchen die Antenne und sie wurden außer Kur, um sie klarzumachen. Verstanden? Okay. Ja, verstanden, aber... Das sind Monster... Okay. Ja, Bits. John, John. Atmen Sie tief durch. Und packen Sie sich an den Eiern. Und dann... Bringen Sie das zu Ende. Okay. Okay. Und dann können sie sich schützen. Oder so. Aber die Frage ist, wo sind Gegner? Von wo kommen sie? Von denen beschützen sie auch. Von wo kommen die Gays? Von überall. Warnung. Feinde im Anmarsch. Da kommen wir nur noch von der Ressie. Oh du Scheiße. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Aaaaaaa ole. Ich mach die jetzt Maustertipp. Boom. Ja, gehen doch nicht alle dicht zu dieser Kiste, bitte. Die D-E. Die D-E. Die D-E. Ja, natürlich stehst du jetzt mal. Die D-E. Die sich ja krass. Die D-E. 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 Die D-E.. Die D-E. Da ist ein Galo. Ah, da ist ein Galo-Sniper. Mein LMG führer. Boom. 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 Bis jetzt einfach durch ist, ist mega. Da ist ja eine Waffenkiste, also kann man immer wieder auffüllen. Fuck! Fuuuck. 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 Fuck. Wir haben mich festgenagelt. Ich habe ihn aufgenommen. Fucky, fucky, fucky Das ist die normale Gangne, die haben ja noch reingemassen, aber die schwere Gangne sind da Schwer Vorhin, Jungs, vorhin da noch siebte Así, Jungs, vorhin, Jungs, vorhin, Jungs, vorhin noch ein paar Zwang, Jungs, vorhin, Jungs, vorhin mehr Elamin, Jungs! Sollte! Sollte, aber auch nicht die. Sollte, dann zu mir doch sogar wieder! Was ist das? Was ist das? Ey, willst du mich angreifen oder was? Willst du mich ficken? Ich muss reden, wie möglich sieht es gut aus. Ich bin einig. Ich bin einig. Ja mal ein bisschen. Ah, danke. Vielen Dank. Wenn ja so eine mobile Wand zum Huf stecken. Wir spawnen ja da hin. Rhys, hier ist Paul Rhodes. Wir brauchen die Antenne und sie wurden ausserkoren, sie klarzumachen. Verstanden? Ja, verstanden aber. Junge, dort kommen sie ja gesporen, du Spass. John, John. Atmen Sie tief durch und packen Sie sich an den Eiern. Und dann bringen Sie das zu Ende. Lalalalalala. Lalalalalala. Lass體ate im Uhlient. Was ist das wochen Sie отличieren? Hier ist es für die Anfahritung, die Anfahrt Conv pues. Was ist das? Alarm! Verbündete Division-Agent getroffen! A-N-I-F-O-K! Pfff Pfff Probier ich es Zieh mir die Atatura, go Was heißt Rees, hier ist Paul Rhodes. Wir brauchen die Antenne und sie wurden außer Kur, um sie klar zu machen. Verstanden? Ja, verstanden, aber das sind Monster, die töten uns Ja John, John, atmen sie tief durch Und packen sie sich an den Eiern Und dann, bringen sie das zu Ende Ja Okay, okay Warnung Feinde im Anmarsch Okay Okay Supermitte Ja 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 Ich komm ganz gut voran, aber wenn sie verhindern können, dass sie erschossen sind, dann ist das ein Zufall aber nicht heißt sie da, wird sich gleich nicht weg wenn sie nicht erinnern sind, seht ihr dann vielleicht irgendwo hin humility Komm wieder, belad mich doch Schatzl. Warnung, ein Agent aus Ihrem Team braucht sofort. Warnung, Feinde im Anmarsch. Warnung, Feinde im Anmarsch. Warnung, Feinde im Anmarsch. Warnung, Feinde im Anmarsch. Ja, das ist gut. Ah Das war gerade gemein von mir, aber jetzt sind sie fertig und wir sind bestens versorgt. In ihrer Nähe sind keine Feinde und wir schicken einen Druck, der sie abholt. Alles klar? Nice. Ja, alles klar. Danke. Das war klar. Nehmen wir nur das. 2 Stunden haben wir es gesprochen. Dann schauen wir doch, was wir bekommen haben. Weisst du was? Rot rühren. Victor. Doch. Passen. Ich weiss mit ihr ab. Wenn wir da irgendeinen Mod hermachen. Irgendeinen Mod. Magaziner wieder. Ja. Schau mal wie das Haus sieht. Nice. Auf dem Maus kommt er mit. Sonst wunderschön. Wir haben Beweise für eine sehr interessante Anliegen, die sich vielleicht anhört. Und es tut mir leid sagen zu müssen, dass wir jetzt wissen, was mit unserem Heli in Brooklyn passiert ist. Hören Sie selbst. Moin. Guten Morgen. Ja. Ich bin.